Ich nehme jetzt auf, ne? Ja! Gut. Hey, yo, Leute, hier sind wir gleich wieder. Gerade eben ist die Rom ein bisschen abgekackt. Der Seehund stimmt uns zu, dass das scheiße ist. Der Seehund soll die Klappe halten. Boah, für Nüsse, yeah! So, und dann schwimmen wir auch direkt weiter. Nicht, dass die Rom wieder abstürzt, weil Dixi hier irgendeinen Scheißdreck macht. Ja, da guckt der Kugelfisch auch schon ganz schön. Die plustern sich ganz schön auf hier. Oh! Wir sollten uns in die Gusche halten, ey! Äh, äh, äh... Bitte, damit, ah! Bitte lass uns nicht, ach, da geht's ja weiter. Höh? Ach ja! Das wusste ich natürlich. Ja, definitiv wusste er das. Ey, da wollte ich nicht lange, ach du Spack. Ah, warte, 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 warte! Ja, 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 ich bin schneller als du. Ja, oh! Mach sie alle dreckig fertig! Ja! Boah! Oh, der Enkoate! So, aus dem Weg hier! Macht's alle kaputt! Ja, ja, ich bin dabei! Bam! Ich dachte jetzt schon, es wäre wieder asynchron. Die sollen sich mal plustern, ey, das ist dann viel lustiger. So, bam! Da kommen die aber nicht mehr raus, die sind ja dann zu dick. Müssen wir die Gegner kaputt machen, ja, wo? Ja! Wir haben schon wieder gar nicht mehr aufgepasst. Oh, Vitamine! Wunderbar! Wunderbar! Äh, haben wir hier schon die DKA-Münze? Ne, wo? Äh, keine Ahnung. Scheiße! Ach, hier ist direkt kaputt! Aus dem Weg! Nicht gegen den Fisch! Nein, böse! Ich denke auch immer, dass sie platzen. Ah, aber... Sie tun es nicht! Ähm... Was ist das denn für ein Sheet, ey? Aber wir haben schon alle Bonus-Level. Hab ich grad gesehen. Cool. Jetzt wird dazu noch die DKA-Münze. Ja, das war eher fies, ey. Tja. Das war richtige Trepp. Der Griet, der hat dich erwischt. Der hat richtig... Die Erdbeer-Woche. Äh, was ist eigentlich hier? Ja, geh hoch! Ah, gar nichts! Nichts! Ja, voll... Das ist ja richtig... Das ist ja... Wie der sich immer frei-iiit... In der Führung, ja. Welkes Ehr-Klatsch und Beifall! Äh, hää, häh! Hääw! Auf unserer Journey hier. G öl haben wir wieder! Los, das ist I-äh, das O. Da gibt's kein II, da kannst du lange suchen! Das I, The King! Da brauchen wir nicht mehr rein, ne? Ných, das haben wir schon! Die Bonus-Räume sind fertig! Pfff! Ich hab Bobbis geschossen, ey. Okay, okay. Es war noch ein bisschen beschwungen. Viel zu hastig hier, ey. Aus dem Weg, so. Wo ist denn hier die Kamen, so? Äh, da. Was da? Keine Ahnung. Nein, geht doch raus! Nein, nein, das ist Ruhe! Aus dem Weg jetzt. Was macht denn der Fisch da? Ja, weiß ich nicht. War die nicht sogar hinter dem Ding? Hier? Nö. Oh, wo ist denn der Rapid schon wieder? Ich bin ein bisschen außer gefischt. Ne, oh. Wo ist denn die D-Cumons? Ich weiß es nicht. Geh so! Aber wir gehen jetzt erstmal da rein. Bevor das Spiel wieder abstürzt. Ein Handschwing vom Kopf! Den, 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 den. So. Haben wir das, dann... De Granny Kong! Haben wir überhaupt genug Münzen? Äh, ja. Ja? Oder wird's immer teurer? Huh! Hier ist doch gratis! Das letzte Mal ist gratis. Ja! Haha! Haha! Ding, de ding! Aus dem Weg! Viel Glück Zeit! Tschüss hier von der Proppe! Ach, das stimmt. Ach, da meint er natürlich der Rabbit mit hier. Ja, klar. Wen sonst? So, der heiße Ritter. Der Brad Pitt hier. Naja, den Fisch ist ja nicht so heiß, aber whatever. Hallo, ich bin auf dem Ziel. Jedem das sei, ne? Ich fremd dir als Dixi Kong! Ach, jetzt komm, du Sau-Gesicht! Oh nein! Aua! Was? Der hat uns wieder Vitamine geklaut! Aua! Aua! Tatsächlich, der klaut die! Ja, was denkst du denn? Ach, du Schwein jetzt! Ah, da, da! Da! Mann! Ich sammle so viele Balanen, das ist ja nicht mehr feierlich! Das sind unsere! Ich weiß! Was? Ich wollte nur an die Münze, da wären zwei gewesen, deswegen. Ja, ja. So, ich glaube, das ist das Hass-Level. Äh, da kommt noch, ne? Ja doch, ja. Das ist blöd. Da könnten wir viele Leben verbrauchen. Und jetzt, meine Freunde. Seht ihr Dreppelt in Aktion? Jaaa, eiskalt! Denn Dreppelt, das ist auch nur heiße Luft und die brauchen wir ja hier in diesem Level zu genügen. Du bist so rotzfrech, ne? Hahaha! Nein, Spaß! So, jetzt holen wir erstmal hier Ship-Parts. Nein, das geht doch nicht! Was machst du? Das war mit Absicht! Ach, nee! Absicht! Das war doch nicht mit Absicht! Wo werde ich denn? Wer ist jetzt hier rotzfrech? Irgendwo muss ich halt hier seine Grenzen zeigen, oder? Jaaa! Nur weil ich ne Affenfrau bin! Ach ja! Emanzipation! Back to the kitchen! Jaaa! Hier sind wir ja hier! Jaaa! Jaaa! Hier kann man gut kochen, ne? Sink ja grade im Krokusil-Kästel, da passt der schon wieder! D-d-d-d-d! Dann hol wenigstens das O! Ich bin dabei! Ganz ruhig! Deine sonst nix Massen! Ich hab dich getötet, das ist schon mal was! Ja toll! Jetzt fasst das Level doch gar nicht! Das ist gut möglich! Wobei, wenn wir hier in die Lava fallen, was meistens der Grund ist, sind wir eh beide tot! Jaaa! Du bist ja sowieso hier der Profi dafür im Double-Kill! Wer sich noch gut an Donkey Kong Country 1 erinnern kann, der weiß das! Ach, das haben wir alle erfolgreich verdrängt! Wo eine Schlucht ist, da ist auch der Rapid nicht weit! Denn er ist da drin! Ich bin halt ein Freund der Gravitation! Jaaa! Das ist er! So, ich hoffe jetzt mal, jetzt kommt mal das Mittelfass! Weil das sieht mir schon wieder ein bisschen riskant hier aus! Ja, guck mal! Da, da! Der reppet der Kant! Da unten, da unten! Ich wollte dich das machen lassen! Nein, flieg da links! Mit dem... Mit dem... Heiß-Luft-Ballon? Ja, genau! Ja, ja! Mit dem blauen Luft-Kästen! Ja... Ich hab Angst, ich trau der Sache nicht! Ja, hol uns erst mal die Bälle raus! Immer erst mit dem Bällchen spielen hier! Ja! Oh nein! Collect the star! Kann ich nicht haben, bring alles um, was du siehst? Nein! Mit der M4? Wie siehst du... Ohhohohohohohohohoho! Ja... Ach, das war Eleganz! In purer Form! Dein Skill... Komprimiert! Ich schmeiß dich gleich wieder gegen ne Biene! Aber ich bin-den doch schon ne Kesselsumse! Tu läufst unten ohne rum, also ne? Ja, du auch! Ja, und? Aber meiner hat die größere Plauze, glaube ich. Also du bist fett, sagst doch. Nein! Viel heiße Luft für ein paar Sternchen. Ja, du bist doch... Los, los! Nein! Was denn? Mal ganz ruhig hier. Los, du Gebläse hoch mit dir hier. Ich bin dabei. Wie viel brauchen wir eigentlich nochmal? 13. Und beide... 15. 15. Ja? Ihr könntest Mittelfast nehmen. Yeah! 15. So ein Skillwurf von The Rapid. Nö. Da! Ja! Dann lässt er sich nicht drauf sein. Oder meintest du, ich soll dich wieder gegen die Biene werfen? Nein, das macht man nicht! Äh! Los da! Ja! Oh! Irgendwie... Das war schon falsch! Das würde ich so unterschreiben. Das waren meine Urge... Das waren meine Urinstinkte. Die wollten einfach töten. Ja, sich selber! Freund wie Feind. Einfach fertig hier. Aus dem... Was hast du eigentlich erwartet? Äh... Ich dachte, dass wir treffen so ein bisschen, aber... Guck mal, so geht das hier, weißt du? So richtig lecker hier durch. Nochmal ein bisschen von der Soda trinken hier. Lecker lecker. Ich achte auf deine Worte. Und jetzt hier runter. So... Oh ja, wir mal ducken, damit er mal Pommes schnüffeln kann. Guck mal. Ich wollt grad sagen, ja. So. Und das ist richtig in meinen Händen ein bisschen TNT. TNT. Oh! Dynamite! Die krieg ich gar nicht um! Ja, die kann das auch dreckig hier... Von hinten. Skillwurf! Das war dasselbe, ey! Zu viel Skill... Oh, komm, komm, komm! Nein, nein, nein! Warte, warte, warte! Da muss ich gleich schon timern, so. Oh, aufpassen! Oh! Nein, 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 nein! Boah, ey! Da hast du schon das Zacken am Fuß gespürt, ey! Ja, da hast du schon... In der C gestopfen. Erst mal Säfchen trinken. Ich find das cool, wie die Backen so eingeknickt sind. Spreng doch mal heut noch! Das wirkt so detailgetreu irgendwie. Mhm. Quik, quik! Guck mal, ich hab getroffen. Das ist, glaub ich, das erste Mal gewesen. Präzision, oder? Präzision? Aufpassen! Im Level... Im vorletzten Level des zweiten Levels, hier. Da kommt die Präzi... Jetzt wird's interessanter, Leute. Das Level ist nämlich gar nicht einfach. Doch. Okay, Hedy sagt, es ist einfach. Einfach, gut. Oh, da geht's ja weiter. Gut, das hatten wir ja oft genug geübt, ne? Ah, ah! Au, oh, oh! Oh, heiß! Oh, heiß! Mach ne heiße Luft, Repplitz! Ei, 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 ei. So. Da musst du mich aber am Schwanz packen, damit ich da unten überhaupt hinkomme. Ja, da kommt die heiße Luft raus. So. Jetzt, guck mal, Skiz. Ich lass das noch kommen jetzt. Ja, also ich glaub, das braucht wirklich so einen roten Flatschen vorne drauf, ey. Was? Ja. Was braucht was? So einen roten Flatschen. Ja? Wo? 18er-Logo. Wegen unserer frechen Kommentation hier. Kommst du hier heute noch vorbei? Ja, ich hab hier so meine Probleme. Ah! Nein! Ich merk's! Los! Weiter! Ja, ja! Alter, da bringt er mich um! Das darf nicht gezählt werden! Das ist die Rache! Das ist die Rache für das Plattform-Level aus Donkey Kong Country! Super! Jetzt darf der nochmal! Oh nein! Nein! Das ist er hier! Oh! Anstatt da bis unten stehen zu bleiben und dann einem Rutsch durch! Nein, 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 nein! Triffst nicht! Oh, das war doch ruhig, ey! Kacke! Ich bin auf deiner Seite! Ne, glaub ich nicht, ey! Teil 3 wird ein Contest hier! Hat dich ja nur vor 2-3 Minuten in eine Biene geworfen! Ja! Das wird hier nicht auf... Oh, warte mal! Oh, oh, oh! Das... Ne, das brauchen wir nicht! Die Banane brauchen wir! Wie dumm! Rückwärts hier! Rückwärts! Ne Boppes voraus, ja! Mitte Boppes! Dann würdest du mit deinem sexy Po ablenken, ne? Ja, sicher! Mit den Reizen soll man nicht geizen! Uah! Außer man ist unter 16! Ja! Dann so, jetzt kommt wieder der Skillwurf! Ich gucke! Och, Mann! Ich wollte Balle kaputt machen! Sollen wir die holen? Mir doch egal! Nein! Ja? Ja! Nein! Das... Stasi zu Tote! Was denn? Dass die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag hier rumzufliegen! Scheißarbeitslose Busspies! Ja, echt? Ey, warte mal! Komm mir in dem Teil nicht auch noch so nervige Level mit so Honigwaben oder was das ist? Ja! Oh nein! Nein! Da lässt sich so schlecht abspringen, ne? Jaaa! Oh! Jaaa! Das ist... Das kommt ins Best of! Oh, oh! Jaaa! Oh, 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 oh! Wenn du das Level jetzt schaffst, dann mach ich das ins Best of rein! Special Widmung! Standardwurf! Ja, da gibt's sowieso genug von hier! Von unserer Werferei! Ah, ah! So! Na los! Oh, oh! Zieh's durch! Ja, jaaa! Oh, 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 oh! Erstmal räuspern hier, das Stimme, das Stimmbänder lockern, damit man weiter schreien kann! Jaaa! Hehehehe! 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 Ei, 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 ei! Jaaa! Es geht schon wieder los! Dann macht der Heddy einen nervös hier! Jaaa! Ducken! Und weiter lenken! Und... Oh! Oh! Jaaa! Wie ein junger Gott! Schnüff, schnüff! So! Jetzt aufpasse! Kannst ruhig ein bisschen näher ran! So! Oh! 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 Guck mal hier! Hast du great gemacht! Really great! Jaaa! Das kann die Dixi den Stacheln ausweichen! I'm so proud of you, Dixi! Oh! Thank you very much! Scheiß auf den Ballon! Hehehehe! Na, warum? Hehehehe! Nein! Hehehehe! Oh! Diese schicken Mach! Oh! Mitleidsmusik! Wir speichern, oder? Alter, schon wieder! Ja, bevor hast du wieder abkackt! Hey, bevor hast du wieder abkackt! Hey! Soll mir der alten Schachtel mehr Münzen in den Rachen schmeißen, ey! Ja, die brauchen auch das! Zack! Für irgendwas muss sie ihr Geld ausgeben! Das stimmt! Äh, hast du schon... Also für den Unterricht ist es nicht! Was? Für den Unterricht ist es nicht! Ja, für den Matheunterricht nicht! Hab ich was? Ob wir schon bei dem Affen waren und die Leben gesammelt haben? Nein! Nein, glauben wir noch nicht! Aber... Haben wir... Oh, die Donkey Kong-Münze fehlt! Und die ganzen... Oh, dafür... Und ein Bonusfass auch noch! Hm! Das ist aber... Schlecht! Aber jetzt kommt erst mal... Squawss... Squawss... Schatten! Und dann wieder die Krüppel-Gremlins, die noch nicht mal ihre Finger haben! Mach da... Ich hab die Münze! Äh... Wäre das nicht eigentlich dafür gewesen, dass man noch weiter... Kommt und dann in so'n Fass oder? Ich hab mal nicht weiter gedacht! Das ist vielleicht möglich! Ich würd's mal probieren! Ich hab mal... Hä? Ich hab mal nicht weiter gedacht! Probier's mal! Ja... Die Münze ausgelassen! Super! Ja, guck mal! Ja, die brauchen wir nicht! Du weißt, dass das Cheat-Fass war? Echt? Ja, guck mal, Alter! Hä? Die da meistert wieder! Wo die Abkürzungen dann sind! Sau gut! Ja! Aber wir... Gehen da nochmal regulär durch, wa? Ja! Er wird's ja nur sichern, dass er das Level abschließt und ich nicht! Ja, natürlich! Das war der einzige Grund, den ich im Sinn hatte! Wie immer! Nur, dass der Rapid hier nicht zum Sieg kommt! Ja, hahaha! Die... Ja, das fängt schon an! Ich freu' mich! Ich freu' mich! Ach ja, dreckig! Wop, wop, wop! Wop, 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 wop! Wop, 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 wop! Wop, 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 wop! Wop, 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 wop! Häh! Häh! Ähm... Okay! Da sag ich jetzt gar nicht zu! Das war zu viel! Oh, zu viel für ne kleine Rapid! Sonst kriegst du erstmal meinen Schweif ins Gesicht! Aus dem Weg! Häh! 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 Da komm ich nicht dran! So! Nein! Ja, ja! Da unten ist ein Bonusfass, ne? Nein! Doch, da unten rechts! Oder? Das war doch da ganz unten rechts, wenn man so runterfällt, oder war das... Ja! Ah! Ah! Ah, ja! Das wissen wir noch! Da sind wir oft genug reingeblumst hier! So! Aus dem Weg! 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 Ein extrem geil abwechslungsreicher Kommentar! Häh! Hallo! Ich mach hier die Melodie nach und sing hier voll cool! Häh! Häh! Wo ist denn die blöde Münze? Eieiei! Kein Gefühl hier! Häh! Doch! Gefühl fürs Geld! Yeah! 20 Kremli-Münzen! Ja! Krüppel-Krem-Münzen, ey! So! Und jetzt wieder... Aus dem Weg! Oh! Stehst du auf die 3er da, ne? Ja! Ja! Nicht mit dir! Hahaha! Dann kriegst direkt die Retourkutsche! Ach ja! Kriegst direkt aufs Maul! Ich war... Ich war ein böses Affe-Mädchen! Willst du erst gestraft werden, oder was? Ja, wurde ich ja schon! Oh! Oh, 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 oh... Ein drehen des Fass! Sag mal! Ohohoho! Nicht schon! Und täglich grüßt das Mummeltier! Beide rappen! Das... Oh, oh! Weiß ja genau wie... Dixie wenn sie stirbt! Und was kriegst du hin? Hä? Gar nix! Ah doch! Wunderbar! Ich bin so stolz auf... Ich bin so stolz.... Warte! Was für ein Stolz, ey! Stolz auf dich! Aber ich muss ja immer wieder abbrechen, weil du Scheiße gebaut hast! Huch! Oh, Klepptreppe! Ah! Aus der Weg! Ich dachte, du fällst runter! Na, warte doch mal! Ich bin ja extrem auf deiner Seite heute irgendwie, ne? Ja! Ich wollte es nochmal machen! Huch! So, aufpassen! So! Wundervoll! Erst mal ganz ruhig bleiben hier, ne? So! Und so! Und zum 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 brumm 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 brumm! Die blöde Butzpie aus dem Weg! Oh, dann macht er ja richtig gut hier! Wunderbar! Ja, wo ist denn der Rapid? Ich? Ich ruhm mich aus! Müssen wir hier hin? Nein! Nein, da müssen wir nicht hin! Das hat keiner gesehen, so! Was ist hier? Achso! Da kommen wir ja wieder nicht hin ohne der Rapid! Das ist ja immer weg! Ach, du machst ja alles allein! Schieß dich einfach nach links! Der reift wie... Ja, aber bis nach uns denn wieder! Splatter-Effekt! Ja, gesplattert hier! Das ist ja das Geile! Wir brauchen das Level eigentlich gar nicht mehr machen! Aber wir machen es natürlich! Wegen der Vollständigkeit! Aha! Das muss definitiv sein! Aber der Rapid, der zeigt jetzt schon wieder, wie man es doch... Oh, oh! Oh, oh! Ja? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Nice! Oh nein! Ich will da runter! Kamera! Ach, da darf ich nicht mehr runter! Okay! Da bin ich, da bin ich! Soll ich da durchfliegen? Okay! Ja! Du musst mich nehmen! Das Schlimme ist, dass man dann so schwer ist mit dem fetten Vieh und nicht so schnell fliegen kann, als wenn man alleine ist! Ja, dann lass los! Dann fallen wir beide! Wupp! Ach, verdammt! Jetzt hat er aber ganz schön Gas gegeben! Jetzt ist er wieder langsam! Komm schon! Flieg! Flieg, du zwei! Hoch mit dir! Blöder Paradiesvogel hier! Was schmeißt du denn da? Kekse oder was denn? Keks, ein Keksekotzen auf Papagei! Uah! The Cookies! Sind auch so ein Cookie, tatsächlich! Ist ein Ei, ne? Weiß ich nicht! Das sieht aber ein bisschen komisch aus! Kokosnüsse! Ein bisschen ungesund! Bop! Bop! Da hört man den Button! Brrm! Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwo ein Geheimgang war... Aber das wird uns ja sicher hier unsere Community sagen! Fetzag! Bitte? Du diskriminierst du die fetten Kremlins? Ja. Ja mach hin, komm mal hoch! Ja, ich bin dabei, ich bin da! Oh man, du hast mich nervös gemacht. Trepp! Ach man, wir hatten einen schwachen Papagei erwischt heute. Ja, ey, der ist so fett, aber... Der kann uns nicht hochheben. So, ey. Ach, do you even lift, Papagei? So, ja, was? Boah, ist kalt. Nochmal. Spreng nach links und wirbel dich. Erstmal aus dem Weg. Nach links und wirbeln, also immer weiter, nein, hier runter, runter. Oh nein, nicht schon der Papagei! Warum? Jetzt ist die Kamera fest. Was war da? Da war noch ein Special-Fass oder so. Wo ist eigentlich die blöde Kackmünze? Einer in dem Special-Bereich dahinten. Bestimmt hier. Wo dieses Schießfass ist und so ein Schmarrn. Oder vielleicht hier in solchen Ebenen. Hoch da. Nein. Vielleicht irgendwo. Nein. Bestimmt da, wo die beiden sind, die uns bewerfen. Nein. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Extrem abwechslungsreich wieder. Schießen. Kotzen. Pup. Nein, das nicht. Aus dem Weg. Kotzen mir ein ins Gesicht. So macht man das hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Das ist kein Donkey Kong. Mach's kaputt. Okay. Mach's kaputt. Rechts auch. Da kannst du lang. Bestimmt rechts. Leute, du hast sogar recht. Geil. Eine Bananenmünze. Wow. Nein, hoch. Ja, ja, ja. Mal ganz ruhig jetzt. Oh, ich muss mich konzentrieren. Ne, ich hab mich an der Stirn gekratzt. Ja. Guck mal, guck mal hier. Soll ich da rein? Nein. Töte Gegner. Ja. Mach alle Gegner ab. Fertig. Platt. Kaputt. Sum, sum, sum. Nicht reinfliegen. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Da haben wir bis jetzt nicht so gute Erfahrungen. Ach, immer mit dem Kopf durch die Wand, würde ich sagen. Bitte? Immer mit dem Kopf durch die Wand. Wo ist die Münze? Ja. Unten vielleicht. Ja. Keine 20. Machen wir eigentlich die verlorenen Level zum Schluss oder immer? Wenn wir genug Münzen haben. Zum Schluss, oder? Ja, ganz zum Schluss. Als Event-Special. Wir sind durch und dann verschrecken wir 20.000 Parts an den verlorenen Kackwelten. Warum? Mann! Und, take the courses mobile. Und nochmal rein! Wer hat noch nicht da reppelt? Warte, jetzt muss ich wieder da unten rum? Ach, was für Scheiß. Weiß ich nicht. Unten rum? Egal. Schi, 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 schi. Genau. Danke für den Tipp. Flieh hoch, hoch! Warum ist das wie so langsam? Drück Steuerkreuz mit nach oben. Das geht schneller. Glaub ich. Oh, tatsächlich. Der Mann hat recht. Ja, hallo, ich bin eine Frau hier in dem Let's Play. Geht das auf einmal so schnell? Scheiße. Das übersteigt seine Reize wieder. Oh! Verdammt, ey! Das war jetzt zu viel mit dem Hochdrücken bei dem scheiß Playstation-Controller-Ding. Ja! Da hab ich voll die Bahnen gezogen! Das ist meine Ausrede mit dem A-Klau. Ja! Ich rede ja vom Joystick. Na? Ganz gechillt geht so hier auf dem Catwalk und bringt sich dann um. Das ist das harte Leben eines Models. Und dann weinen. Und dann weinen. Nachdem sie sich umgebrungen hat. Umgebrungen? Umgebracht hat. Dann weint sie über der Vitamin. Ah! Aber jetzt erstmal der Rap. Oh, oh! Boah, ey, diese Level. Dann weinst du sie. Aber ich glaub, die Sumpflevel war nicht so blöd, oder? Kann ich da jetzt noch mal irgendwie hin? Nein. Nein, hoch jetzt. Ja, ja, ja. Oh! Klong, klong, klong! Aber zum Glück brauchen wir jetzt die Fässer nicht noch mal holen. Und die Münze. Aber da wollte der Rap jetzt schon wieder nicht auf mich hören. Und dann hatte ich doch wieder recht. Ausnahmsweise mal, ja. Wie immer! Die Frau hat recht. Das würde ich jetzt sogar unterschreiben, so. Ja, ich hatte ja auch recht hier. So, jetzt aber schnell. Guck mal, es geht auch anders. Was war das? Unten ist ein Fass. Ja, ich hoffe, wir kommen wieder runter, ja. Nicht, dass hier irgendwelche Gegner wieder kommen, ne? Eine Biene. Ah, ja, hier, ne? Flap, 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 flap. Oh, nicht nach links, sondern nach rechts. Ah, nach rechts. Ach, hier, komm. Der Cheater kann sich durch Böden hier durchgammeln, ne? Ja, es sind harte Cookies. Schnell, 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 schnell. Hey, 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 hey. Aufpasse. Ja, ja, ja. Oh, oh. Hallo, Bananen, Vitaminen. Ha, 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 ha. Alles um... Alles um...